So, wir machen weiter mit Skyrim Special Edition und zwar sind wir auf dem Ausgang von Vampyr Hölle auf Helgis Geist gestosst. So, wir reisen gerecht. Das Gespräch fahre ich ein bisschen abkürzen, es ist 100 Stunden später. Wir sind immer noch nicht aufgestiegen, sehe ich es richtig. Geht immer noch so, ich glaube langsam braucht es ein bisschen mehr bis wir aufsteigen. Jetzt können wir mal die Mission anschauen. Zum Jarl, da ist natürlich jetzt mein Pferd abgehauen. Pferdi, Pferdinand nenne ich den sonst. Pferdinand hält mir immer ab. Vielleicht könnte man ihm sogar pfeifen, ein bisschen blödes zu essen. Da fahre ich schon was. In dieser Gegend bin ich empführt worden von dieser Killer Sekten Frau. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Einen Auslöser aus drei. Und ich habe mich dann entschieden das nicht zu machen, weil wahrscheinlich hätte ich eh alle drei müssen zum Schluss umbringen. Ich habe es dann eh umgebracht. Das könnte ich da auch mal noch machen, das gibt aber sicher einen schwierigeren Fight. Gegen die Killer zu kämpfen. Nun seht euch bei den acht. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr das... Vielleicht können wir all das jetzt hinter uns lassen. Nehmt dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Ein Millionen Gold. An meinem Hof wäre noch Platz für einen neuen Tane. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nutzt. Haus vielleicht? Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist. Wenn ihr meinen Leuten helft, mache ich euch zum Tane. Wie wäre es mit Haus? Viel Glück! Ah schau, ich muss noch einmal an ihm helfen. Aha. So. Gut. Gut. Gut gefunden. Das wäre jetzt das dritte Mal helfen. Aber vielleicht hat es sonst noch jemanden geschöpft. Im Bauch voller Meth wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Ah, die einen hätte mir auch noch gesagt, es soll ein Drachen besiegen. So. Wir müssen gerade so gut im Schuss mit... Aber den machen wir nicht, die Mission. Die lasse ich halt auf. So. 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 Ah, das ist ja wieder nass. Irgendjemand hat mir doch noch einen Job gegeben. Wegen Drachen oder so. Da hat ein Drachen im Altar des Himmelsgeborenen. Da kannst du dann schauen, wie du da raufkommst. Da kommst du einfach zu nichts in diesem Spiel. Du hast den Himmel im Auge behalten, Reisender. Ja, gib mir lieber wieder ein Pferd. Also, ich muss eher links da über irgendwie. Ja, ich kann nicht raufkommen. Sehr wichtig dort. Ja, aber eins kann ich erst machen, wenn ich droht und deckt. Wo ist das Pferd, wenn man es mal braucht? Das ist ein Ländemere. Da wäre wohl wieder so ein Hügelgraben. Ich glaube, das kann ich auch mit mir eine Klaue auftun. Dann kann ich da wieder hochkommen. Ah, das ist ein Wölfchen oder ein Fuchschen. Wo bin ich hier oben? Wo bin ich hier oben? Ich glaube, sie sind nicht ... ... ... ... ... ... ... ... Wenn ich nicht rauf oder die Berge rauf muss. Wenn ich jetzt dran vorbeilaufe und hier nicht rauf komme. Das ist der Hund, den ich suchen soll. Das kann auch sein. Der Schneefuchs. Den habe ich gerade getötet. Irgendetwas ist jetzt am Tönen. Etwas klingt so wie ein Schnappfall. Ach Mino, wie komme ich da rauf in Richtung? Ich versuche hier den Berg zu erreichen. Letztens hat das auch gut geklappt. Dann darf ich mit Gump irgendwo über einen Fels aus. Oh cool, wir haben auch wieder einen Gegner. ... Ah Abonniert 180 Wir können die Magie mal noch etwas erhöhen, falls wir mehr mit Magie arbeiten wollen. Wir setzen jetzt aus mit Schmieden. Ideekunst Das ist etwas, was ich Arkanen schmiede. Da brauche ich 33 Das ist schwer Yeah Ich kann irgendwann meine Drachenrüstung machen. Aber das Ich... I don't know Ich arbeite sehr viel mit zweihändigen Waffen, oder? Wo ist denn das nochmal? Hier zweihändig Kann ich nicht, weil ich 60 brauche Ja 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 Das war's für heute. Ja, 60. Und die Halbten. Das klingt gut. Ich nehme das. Irgendwie... Von hier hinten wäre es natürlich einfacher, dort hin zu kommen. Wahrscheinlich gäbe es irgendwo wieder einen Hölle-Eingang. Vorher kommen wir von hier. Ich vermute es nicht. Komm ich da rauf. Das sieht gut aus. Aber auch das gefällt mir. Dann hüpfe ich nämlich wieder von oben rein. Ich bin noch sehr weit weg davon. Ich bin auf dem falschen Pass. Ich kenne jetzt noch nichts. Ich bin da auch nicht runter. Ich bin dauernd. Ich bin dauernd. Wir sind dauernd. Was ist das? Das ist ja morgens. Ich würde gerne unten durchschauen, weil jetzt müsste ich hier alles umkehren und versuchen, hier hoch zu gehen. Nochmals zurück in den Dorf. Ich ziehe ihn jetzt durch. Schön entdeckt. Hier unten. Ich hätte eine schnelle Reise gemacht. Bei den Bergen herum, so wie er. Jetzt verirrt das Kalb da. So, komm. So, komm. Lager. So, komm. So, komm. So, komm. So, ich hätte sicher Hilfe brauchen auch. So, das ist schon der erste ein Pfeil. Du interessierst dich nicht für deine Kollegen, oder? Das denke ich an. Ich gehe da nicht dagegen. So lange für mich etwas abspringen. So lange für mich etwas abspringen. Weiter machen. So, wenn man nicht gierig ist, gibt es genug für alle. Wo sind wir denn die Sachen der Toten? Äh, jetzt soll ich hier unten durch? Oder kann ich hier durch? Wo bin ich jetzt hier zu stürzen? Hier oben her muss ich. Oder irgendwo hinten durch. Schon mal gewesen? Bin ich da heute schonmal? Autsch, 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 Autsch. Autsch, Autsch, Autsch. Da unten ist auch noch irgendein Lager. Auch noch anschauen. Es hat zu viele Säcke keine Verbesserungen gegeben. Jawohl. Ah, der schreie ist einfach richtig krass. Er hat zwar keinen Schaden bekommen. Warum läufst du jetzt so vorne? Aber der ist tot. Das ist aber noch ein anderer. Das hat mir auch eine Zeit voller Gesundheit. Der ist gerade abgesäcklet. Da ist übrigens ein Drachenhügel. Das ist noch lustig hier. Das ist ein Drachenhügel. 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 Ein Mehlsack. So viel gebracht. Hier komme ich vielleicht auch noch hoch, theoretisch. Aber eben nicht. Hier oben rechts ist der Eingang in die Berge, aber ich müsste nach links haben. Hier könnte ich auch noch einer sein. Hier ist ein Eingang, aber nicht das, was ich brauche. Die falsche Seite. Schauen wir es mal kurz an. Was ist das? Aber ich komme irgendwann noch Gegenstand. Sehen wir uns wieder? Aber nicht heute. Das ist ein fucking Gipshaus. Okay. Das wäre cool. Hier liegt er. Nicht er weggetragen. Das ist einfach. Hier rein. Nein. Da habe ich von oben gemeint, dass da der Dinger steigen. Sie ja dann rauf. Da habe ich noch einmal gelesen. Trollen. 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 Goldmaske. Kann gut sein. Geht ihr alle möglicherweise auf der Spur, nicht mehr in der Mission? Wie geht das in diesem Spiel? Hier könnte der Eingang sein. Einfach ein Schloss. Heut, 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 heut. Schalidor, das Labyrinth. Ist das der richtige Ort, um auf den Bergen zu gehen? Gesser ein Fall Krieg. Und da ist ja einiges. Wo, wo, wo? Da hört man es und sieht es nicht. Ah! Hier! Kann ich nicht mehr schreien? Kann ich nicht mehr schreien machen? Was ist das denn? Was ist das denn? Wer ist denn da gekommen? Hier raus? Ist da auch noch etwas? Das wäre die richtige Richtung da. Da würde ich einen Eingang geben, aber das ist auch nochmal ein anderer. Gesser ein Wildküge entdeckt. Jetzt müssen wir aber davor schon... Schauen wir mal, wo geht das denn hin? Ich muss da hochgehen, wenn es richtig wäre für mich. Dann frage ich mich, ob die Holzmaske nicht gefunden hat, dort hinzugehen. Ich gehe einfach mal rein. Ich würde mich da schon gross erwarten. Ist schon schiefgegangen. Gut, es geht einfach nicht links. So in diese Richtung. Das geht nicht, das ist falsch. Oh, da sind sie fallen. Was soll das? Was ist da los? Das passiert. Wie ich bin. Das ist ja los. Die Heilung ist organisiert. Hier auch nochmal. Es sind ja ein paar Kämpfe stehen. Wir sind wieder in eine Fallenlatsche. Hallo, für die Toten habe ich etwas und zwar mein Silber. Schwert, zack. Schmeckt das? Traugericht. Achso, Traugericht. Hier haben wir das Gold. Hier ist die Regale. Die ist schon alles gefressen. Hier ist die Regale. Die ist schon alles gefressen. Hier stehen noch ganz viele in meinen Aufbewahrungskisten, die ich nie brauche. Ich hoffe, dass ich das Zeug habe, wenn ich Geld brauche. Ich besitze. Hier kommt einer raus. Hier ist die Regale. Ah, das wäre jetzt eine starke Schraube. Hey! Das steckt ja mega in auf dem Markt. Hinter dem Reis. Da kommt der Kopf ab. Warum fliegen die Köpfe nicht ab? Ich habe den Kopf abgetrennen und gekauft. Nichts passiert. Die Alchemie interessiert mich nicht. Ja, der ist da rausgekommen. Immer dasselbe. Gut. 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 Ich bin nicht dran vorbei, ich komme hier drüber, oder? Da ist nichts drin. Salz. Diesen Helm ist auch für nichts, den habe ich doch schon. Sonst ist es genau das gleiche. Ich nehme ihn einmal in Rüren, dann ist er weg, wenn ich zu viel habe. Ich gehe dort vorne rechts zuerst. Oh! Nein, wir gehen. Gestirbst. Ich gehe weiter. Ich gehe weiter. Ich gehe weiter. Ich will den Zaubertränk nehmen natürlich immer. Oh, das geht nicht auf. Wie ist der Hebel? Hier. Hier. Kollege. Oh, cool. Das ist eine Diebstahlverbesserung. Sehr gut. Ich brauche ihn zwar nicht. Aber das nehmen wir mit. Die Beine sind dort eingesperrt. Ich komme gleich auf den Berg von hier aus. Wer weiss. Ich lese hier die Quest ab. Oder einmal. Boah, er zaubert. Da ist der Schrei drauf. Bin ich da? Da. Da schreit. Der Drachen schreit drauf. Was? Das ist ein Ehemann. Ich muss ihn kennen, wo er das kann. Der Todesfürst. Boah, der steckt heftig im Fall. Komm. Er kalbiere den Typ. Der ist noch nicht tot. Jetzt ist er tot. Vielleicht muss er die Augen nehmen. Dann nehmen wir ihn mal an. Bogen. Boah, der Schrei hat er gehabt. Jetzt nicht einfach so runter. Oh ja, wir ziehen jetzt hier runter. Boah, ich habe nur runter geschaut. Wir ziehen jetzt vollautomatisch hier rein. Shit. Was war das? Ein Bug oder Magie? Ich muss unbedingt mal einen Buff haben für die Silberwaffe. Das ist eine Kraft. Verstärken kann ich sie leider auch nicht. Jetzt komme ich da irgendwo raus. Ich bin nicht da, wo ich will. Ich bin so weit oben. Ich bin nicht da, wo ich will. Ich bin so weit oben. Was? Nochmal? Der Typ. Hallo? Stopp. Was soll das? Halt, stopp. Jetzt rede ich. Ich habe doch den jetzt gerade besiegt. Ich presse mal alles weg. Das ist echt gut. Die Gewichte reduzieren. Ich habe genug gesammelt von diesem Müll. Ich habe genug gesammelt von diesem Müll. So. Ich habe den da so. Ich habe den da so. Und dann verfehlen den da. Er hat noch kein... Was habe ich jetzt? Die falsche Waffe habe ich. Warum habe ich dir einen Superschlag mitgemacht? Silberschwert. Ich habe es verloren, oder? Ich habe das Silberschwert nicht mehr. Wo ist das denn? Warum kann der mir das Schwert weg? Weg. Ist das auch wieder so einer, der dir die Schwerte weg macht? Und die Waffnung. Ah. Zum Glück kann ich noch. Jetzt. Jetzt ist es nicht mehr bei den... bei den Favoriten, oder was? Was? So. Er ist stärker als der letzte Rachenfürst. Was? Ah! Du hast mich gefällt. Jetzt habe ich... Nein! So. Jetzt habe ich... Du Elenden. Wow, den nehmen wir. Das sind geile Sachen dafür. Jetzt sollte er nicht gleich so nehmen. Golem. Butter Golem. Er ist ja gekommen, wir sind... alles abwärts. Hier raus kann. Stimmt irgendwie rein von... von der Physik her, oder vom... von Raum... von Raum ein. Teillich kann das so nicht stimmen. Ist das wirklich... doch... Wahrscheinlich ist der mir... der Tür raus nahe gekommen. Der ist auch irgendwo da hin gewesen. Aber egal. Jetzt ist... Jetzt ist es zu oftmals. Okay. Das heisst, wir machen den Wirbelsprint. ist der aber auch logisch. Das ist der aber auch komisch jetzt. So ist er. Die Tür zu. Der Letzte macht die Türe zu. Der Letzte macht die Türe zu. Das Schwert von diesem Anderen. Ich möchte gerne einen Buff drauf. Das laufe ich aber nicht mehr zu weit vorne. Sonst... rutsche ich da wieder runter. Ich weiss nochmal umgekehrt. Nur wegen der Kiste. Wegen der... Oh, Stein halt. Oh, aber diese Streitaxt. Den kann ich gleich wieder wegschmeissen. Ich brauche aber nicht. Das... Bücher... Teil. Ich habe einen halt selber gelernt. Ist das geil. Es hat sich doch doch gelohnt nochmal her zu gehen. Es ist auch etwas traurig. Jetzt gehe ich aber dann nicht mehr zurück. Ich gehe halt wieder runter. So hätte man das sollen. Ja. Komma. Dude. Es ist spannend, wie der eine wartet. Ich gehe jetzt nicht raus. Also von hier komme ich auf jeden Fall nicht zum Drachen, den ich unbedingt will. Hm. Komm. Gehre. Jetzt muss ich auch noch mal schauen, dass ich es weiss. Das ist auch... Das Holzgerätchen da oben gefunden. Die Maske. Dass der Schlüssel ist für das Tor. Das Labyrinth bin ich auch noch nicht drin gewesen. Und so. Die Blabyrinth. Und so. Scheisse. So nach... ...dem ich rausfinde und so. Sicher die Maske, oder? Nicht. Was habe ich denn hier gefunden? Wo ist das? Wo ist das? Nicht hier dabei. Wo ist das? Wo ist das? Das ist ein Bekleidungsstück gewesen. Ah, das ist nur so eine Holz... Holzmaske. Aber unbekannte Energie. Also ich weiss noch gar nicht, dass es Kräfte sind. Hm. Hast du irgendwie irgendeinen Effekt auf eine Story? Hast du irgendwie irgendeinen Effekt auf eine Story? Wir lassen den Drachenlord statt. Kein Plan mit, ob du raufkommst. Kein Plan. Ich kann mir vorstellen, dass es hier rauf geht, hm? Ich kann mir vorstellen, dass es hier rauf geht, hm? Ich kann mir das mal besser. Dass man auch die Magie einsetzen kann. Bei Magie... ... nehmen wir Heilung. Ja. Ohne Musik haben wir da. Ich höre wieder etwas Pimmeln. Das ist irgendwo etwas. Ohne Musik. Wo bin ich da gerade hergeraten? Oh. Hier haben wir das Labyrinth. Das kann ich einfach draussen durch, oder? Da ist ein schönes Wildtier drin, sieht der so aus wie ein kältisches Labyrinth, wahrscheinlich gar nicht so schwierig durchzukommen, wie es ausgesehen, der Versblick. Die nehme ich auch mal, weil ich nicht weiss, ob ich sie da schon habe. Hier müsste ich etwas mal hin müssen. Und der Leiche. Achtung. Können die alle nehmen? Wie mache ich das? Ich muss mit ihnen arbeiten, um hier durchzukommen. Wie kann sie sein, sie sind mit den Zauberstäben aus. Ich gehe jetzt zuerst aussen schauen. Wird ja so aktiviert. Hä? Sieht ja nicht so aus. Irgendwie möchte ich sie nicht geben. Hier kommt eine M-Masener Magie. Jetzt war er absolut nicht der Magier. Jetzt ist das etwas. Hier war es. Was ich nicht benutzen? Wann wissen Sie? Das waren also Eis-Eis-Zauber-Dingler. Mensch, wir können sie testen jetzt mal. Ähm... Ähm... Oh, schau jetzt! Äh... Was ist denn da? Komisch! Was ist denn von hier aus der Tür? Da gehe ich gar nicht. Da haben wahrscheinlich alle die Siegel bekommen. Oh, das könnte jetzt ein Fehler sein. Vielleicht könnte es besser das Board verbessern oder irgendetwas. Keine Ahnung. Oh... Okay. Oh... Ich kann da nicht... Mechanismus. Äh... Irgendetwas habe ich verbockt. Ich kann den Hebel nicht ziehen. Ich kann den Hebel nicht ziehen. Ich kann den Hebel nicht ziehen. Vielleicht auf der anderen Seite einer gewesen. Ich kann den Hebel nicht sehen. Da muss ich vorhin irgendwie reinkommen. Rein theoretisch ja möglich. Das wäre offensichtlich gewesen. Einfach nochmal übersehen. Einfach mal auf der anderen Seite. Vorhin schau mal. Wenn man hierher geht. Ich geh dann mal auf der Seite. Ich will hier mit einemJoe. Ich werde später etwas machen. Darf ich einfach noch nicht da rein? Oder habe ich irgendeine... ...neue... ...neue Kraft bekommen? ...neue Kraft bekommen? ... ... Der ätherische. Da muss ich noch die Rachen sehen. Da muss ich noch die Rachen sehen. Da muss ich noch die Rachen sehen. Wenn du hier reinkommst. Da hätte ich die Stäbe nicht rausnehmen können. Das kann natürlich auch sein. Ich kann sie nicht mehr rein tun. Da ist wirklich kein Mechanismus. Für ihre ätherischen Gestalt. Aber die kann ich auch noch nicht. Damit sie mit dieser Gestalt hier reinkommt. Das könnte auch noch sein. Das bringt mir jetzt alles nichts. Ich bin in einer ätherischen Gestalt rein. Da oben könnte ich schon reinhüpfen. Aber da komme ich nicht drauf. Ich weiss nicht ob ich mit dem Wirbelsprint. Da kann ich noch rein tricksen. Ich weiss nicht ob das so gedacht wäre in diesem Spiel. Aber das klappt oder? Da kann ich noch nicht mehr. Ich weiss nicht. Ich weiss nicht. Das war ein bisschen. Ich weiss nicht. Ich weiss nicht. Ich weiss nicht. Dann gehe ich zuerst draussen durch. Dann könnte man heiter werden. Dann muss ich ausgehen. Ich muss mir helfen, dass ich sicher sehe, wo ich schon bin. So, wir haben sie in den Mund eingeklemmt. Das ist schön. Das bringt alle die Klappen zu öffnen. Ob das noch irgendeinen Effekt hat. Das ist schon mal jede Menge Verreckter. Warum das? Die sind nicht mehr rausgekommen. Auf der Seite bin ich noch nicht. Ich komme da gar nicht mehr rausgekommen. Da bin ich schon gewesen. Das ist doch komisch. Auf der anderen Seite. Oh, da gehe ich in eine Bodenklappe. Das ist doch komisch. Auf der anderen Seite. Oh, da gehe ich in eine Bodenklappe. Auf der anderen Seite. Ich rede aber nicht auf im Moment. Das wäre wahrscheinlich das Ziel. Aber ich kann gar nicht an einen anderen Ort durch. Ahem. Halleluja. Es hat gar keinen anderen Weg. So wie ich in das Labyrinth bin eingestiegen. Ich komme wieder zum Eingang noch zum Ausgang. Jui. Die haben dort auch wie eine von diesen Leichen. Jetzt kann ich ja zurück schauen. Ob es den anderen Weg auch noch weiter weg geht. Ich kann gar nicht abbiegen. Ich kann gar nicht abbiegen. Jetzt gehen wir diesen Weg um. Dann muss ich wahrscheinlich alles nochmal zurück zu dieser Bodenklappe. Befürchte ich, Fischchen. Ich kann gar nicht mehr sehen. Ich kann gar nicht mehr sehen. Ich kann gar nicht mehr sehen. Oh Gott. Hier komme ich zum Ausgang. Wo ist der jetzt? Wo ist der jetzt? Wo ist der jetzt? Wo ist der jetzt weit weg? Spickt. Ich kann jetzt das gleiche von dieser Seite machen. Jetzt habe ich noch nicht verstanden, was da das bewirken soll. Vielleicht hier direkt reinjumpen. Bescheiden nicht. Wo ist der jetzt? Wo ist der jetzt? Wo ist der jetzt? Ich kann jetzt hier reinjumpfen. Ich kann jetzt mal zuerst den Weg. Dass ich hier die Töre öffnen kann. Noch nicht. So. Ich bin schon da unten aufzunehmen. ganz auf. bis zum nächsten Mal.